So Freunde, wir wechseln jetzt an der Suron hier den Reifen. Was man hierbei beachten muss, ist also ihr braucht erst einmal so Spezialwerkzeug, weil das ist nicht wie beim Fahrrad mit so kleinen Reifenhebern, sondern man braucht da viel einen größeren Hebel. Da sind auch solche tollen Schutzteile mitgeliefert, dass ihr euch die Felge nicht verkratzt. Das funktioniert aber Richtung Ende dann nicht mehr so schön, weil man da überhaupt nicht mehr reinkommt und man die echt schwer reinbringt. Und es gibt da auch eine gewisse Technik, wie man es relativ einfach hinkriegt. Das zeige ich euch jetzt einfach mal kurz, dass ihr Bescheid wisst. Die anderen Videos von der Suron verlinke ich euch wieder und die ganzen Teile hier natürlich verlinke ich euch in der Beschreibung auch. Erstmal machen wir hier die Luft wieder raus, dann nehmen wir halt irgendwas, wo wir reinkommen. Dann brauchen wir erstmal eine Zange, dass wir hier diese Mutter da rausbringen. Das ist alles nicht so einfach wie beim Fahrrad. So, da ist auch ein bisschen Loctite dran, glaube ich, so grün ist. So, Luft ist draußen. Jetzt müssen wir erstmal den Reifen hier so von der Felge runter popeln. Auf der anderen Seite auch nochmal das Gleiche. Ihr seht schon, nehmt euch auch immer so einen Eimer hier drunter. Das macht gar nichts, ist ja Kunststoff, das heißt, da verkratzt ihr euch keine Speichen. Und das Witzige ist, die gehen echt easy rein und dann kannst du die echt hier so rumschieben. Zack. Ihr könnt die auch ruhig so ein bisschen auseinander spreizen, dass das ein bisschen einfacher geht. So, ungefähr in dem Abstand. Und jetzt nehmen wir erstmal die Löffel und popeln die erstmal hier so rein. Da muss man auch ein bisschen darauf achten, dass man nicht den Schlauch zerquetscht. Einfach mal so ein bisschen lockern. So, und jetzt fangen wir einfach mal mit einem hier an. Plopp. Den halten wir hier so. Nehmen den nächsten. So. Halten den hier wieder so. Plopp. Und jetzt, Leute, seht ihr schon, jetzt fällt der mittlere raus. Und jetzt haben wir halt wieder das Ding hier auch raus. Das ist immer das Problem, jetzt kann man nicht so nachlegen. Aber jetzt haben wir eh schon sehr, sehr viel geschafft. Jetzt gehen wir einfach her und schnappen uns mal hier irgendwo noch so eine Stelle, wo wir gut reinkommen. Plopp. Und jetzt nehmen wir wieder den mittleren raus und gehen dann hier mal irgendwo ran. Ist jetzt eigentlich wurscht wie rum. Zack. Und jetzt haben wir ihn eigentlich. Und drücken hier erstmal den Schlauch raus. Das sehe ich natürlich jetzt von meiner Seite aus besser. So, Ventil ist draußen. Schlauch auch. Das ist wieder das, was mich so gewundert hat. Ihr geht hier her und ihr seht schon. Ihr habt hier voll das Spiel drin. Das heißt, man drückt jetzt hier die Felge runter und zieht den Reifen so rüber. Jetzt kommt hier ein Spalt. Plopp. Und das war's. Jetzt würde ich empfehlen, nehmt einfach mal ein Tuch und wischt es hier innen drin einfach mal so ein bisschen durch. So, wenn ihr das dann habt, nehmt ihr den Reifen eurer Wahl. Ich fahre jetzt hier Maxis Max Cross IT in dieser Größe. Die haben auf jeden Fall eine E-Nummer. Straßen zugelassen. Verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. So, dann legt ihr den erstmal so auf einer Seite hier drauf. Der kommt hier einfach mal so dazwischen. So, jetzt sitzt der auch schon drüber. Und ihr seht, Freunde, man kann jetzt hier auch wunderbar nochmal den Reifen ausrichten, dass das Logo auch wunderbar hier beim Ventil ist. So, wieder gleiche Ausrichtung. Vorsicht. Und jetzt seht ihr schon, jetzt muss ich hier dagegen halten, aber dann fällt mir hier gleich alles um. Deswegen nehmen wir wieder unsere dritte Hand. So, jetzt ist er drin. Ja, genau. Eigentlich halten die jetzt so. Das muss man mal ein bisschen schauen. Und jetzt seht ihr schon, wo das Problem wird. Wir brauchen immer wieder unsere dritte Hand. Man kann auch oft hier noch unten so ein bisschen nachdrücken, dass er sich noch ein bisschen reinsetzt. Also ihr seht, das Werkzeug ist im Verhältnis zum Fahrrad eine ganz andere Technik. So, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir das letzte Stück. Und ihr seht jetzt, jetzt sind wir wieder am gleichen Ausgangspunkt, bloß ohne die Schoner. Wir müssen jetzt im besten Fall eigentlich nur noch einen hier reinschieben. Plopp. Wunderbar. Und schon ist er drauf, Leute. Und ihr seht, jetzt muss man hier mal wieder so ein bisschen drücken, dass er auch hier auf allen Richtungen schön drin ist. Und dann seid ihr eigentlich fertig. So wechselt man den Reifen an der Suron. Schaut es die anderen Videos an, wenn ihr wissen wollt, wie man hier den Kennzeichenhalter hinbaut. Oder den Blumentopf von Oma befüllt. Junge, was ist das denn? Weil ich noch einen Baum bewege. Ach so, das hast du gemahnt. Noch einen Baum. Hopp.